hallo ich habe heute eine neue idee für euch und zwar habe ich hier erst mal die reste aus baumwolle und da machen wir jetzt wieder was tolles aus dem restegarn habe ich hier ein komoden knopf und den behäkeln wir jetzt mal ich mache für jede für jeden knopf eine andere farbe ich nehme die häkelnadel 3 größe 3 und da fangen wir jetzt an so als erstes machen wir zwei luftmaschen jetzt kommt die erste runde da machen wir acht feste maschen in die erste luftmasche jetzt kommt die erste runde da machen wir jetzt wieder das ist 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 das 8 nun schließen wir mit einer kettenmasche die runde so das können wir auch festziehen nun kommt die zweite runde wir machen in jeder runde am anfang der runde eine luftmasche und am ende der runde eine kettenmasche jetzt wechseln wir die farbe ich nehme da mal braun nun verdoppeln wir jede masche das heißt wir stechen zweimal in eine masche rein und dann am ende der runde haben wir 16 maschen 16 feste maschen also erstmal eine luftmasche und dann machen wir aus einer masche zwei stechen also zweimal in die gleiche masche rein 1 1 1 1 1 2 so jetzt haben wir 16 maschen die luftmasche ist keine masche nun kommt die dritte runde jetzt verdoppeln wir jede zweite feste masche dann haben wir 24 maschen erstmal wieder eine luftmasche eine feste masche und jetzt kommt die die wir verdoppeln die zweite jetzt wieder eine und jetzt wieder verdoppeln die ganze runde so jetzt kommt die vierte runde und da wechseln wir die farbe und häkeln einmal 24 feste maschen ohne zu und abnahme so jetzt kommt die fünfte runde wir wechseln wieder die farbe eine luftmasche jetzt häkeln wir acht mal jede zweite und dritte zusammen das heißt die erste häkeln wir feste masche die zweite und dritte zusammen das heißt wir stechen hier ein holen faden stechen in die dritte und holen faden jetzt haben wir drei schlaufen auf der nadel und jetzt holen wir einen faden und ziehen durch alle drei schlaufen durch jetzt haben wir die zweite und dritte abgemacht jetzt kommt wieder eine das ist die erste ganz ganz normale feste masche und jetzt die zweite und dritte wieder zusammen und so weiter und so weiter so eine ketten masche jetzt haben wir noch 16 maschen nun kommt die sechste reihe dann nehmen wir wieder die andere farbe und maschen immer zwei maschen zusammen ab also erstmal eine luftmasche und dann immer zwei zusammen abmarschen am ende der runde haben wir acht feste maschen so entweder ihr vernäht jetzt die fäden noch mal bevor ihr den knopf da rein steckt oder ihr versteckt die fäden und steckt den knopf da jetzt rein jetzt häkeln wir noch mal acht feste maschen so ich habe jetzt nur die beiden ersten fäden vernäht die beiden habe ich hier dran gelassen weil wir jetzt noch mal die farbe wechseln und häkeln acht feste maschen mit der anderen farbe so so jetzt wechseln wir noch mal die farbe und häkeln noch mal acht feste so und die letzte ist eine kettenmasche und dann könnt ihr den faden abschneiden dann seid ihr fertig so der erste knopf ist fertig jetzt zeige ich euch noch eine andere variante und